Kripperlein, du kleines Schwein, wo bist du? Der war hinter mir mit dem Mal, wo kam der jetzt mit dem Mal hin? WTF? Scheiße, wieder ein Loch im Bogen dazu machen müssen. Ist das ne Birkeninsel? Ja, da dürfte man hauptsächlich nur Birken stehen. Ja. Ich weiß noch ungefähr wo das war. Max? Der kommt schon rüber. Ah ne, du hast ja jetzt kein Bett dabei, ne, Marc? Ich bin ich. Ja, Max, du dich mal auf den Weg. Ja. So langsam. Ähm, 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 ähm. Ach so. So muss ich mal schauen, welche Richtung ich überhaupt laufen muss. Kannst du mir ja wegen helfen? So wie Marc jetzt gelaufen ist. Du scheiße. Ich halte mal so ein bisschen Ausschau, vielleicht sehe ich euch ja. Ja? Ich hab bei X minus... Ich hab grad noch Zombie Junior und hat, ähm, Huhn in der Hand gehabt. Ein Huhn? Ja, ein Huhn. In der Hand. Nicht drauf geritten? Nein. Hatte ein Huhn in der Hand. So. Ich komm mal zu dir. Mal gucken. Ey, X minus 830, ne? Wo ist denn das jetzt schon wieder? X, Y, Z. 800. X minus 830 und Y 281. Aber so weit ist das nicht. Das wird wieder mehr. Ja, du musst dann halt rausfinden, wo es weniger wird. Das ist glaube ich in die Richtung, oder? Marc? Bist du schon... Ja. Bist du ungefähr? Bei X minus 823 und Y, äh, bei Z ähm 53. Bei X 823? Und Z? 63. 263. Nein, 60 plus. 60? Da ist noch ein bisschen was. Ja. 830. Ja, gut dann. Ja, ja. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Ich seh den Marc. Wir haben uns schon mal gefunden. Es ist schon mal gut, dass ihr euch gefunden habt. Marc, warte. Du kriegst gleich dein Zeug von mir. So. Ähm. Du kriegst erst mal ein Bett. Ich... Ich hatte ne Eisenspitze. Ich hatte ne Eisenspitze. Ein Ritz. Achso. Ein paar Haufen. Leute, für die schlechte Tonqualität vom Markt bitte ich zu entschuldigen, weil irgendwie leckt das alles heute abhängen. Was hast du noch gehabt? War schon. War schon. War schon. War schon. Ich bleib hier jetzt einfach mal auf der Insel stehen. Ich schau halt, dass mir kein... Kein... Dass mich kein Monster angreifen ist so. Und dann gehen wir dann alle zusammen, wenn ihr dann da seid rüber. Ist das jetzt die Insel, wo nur? Ja, gut. Nur Birke. Ha. Komm her, Marc. Ja, ich lass grad... So. Muss ich mal schnell schauen hier. Am besten ist, ihr fangt schon an zu schwimmen und... und taktiert euch danach aus. Wo bist denn du? 700, noch irgendwas. Ich bin jetzt X minus 795... und Z minus 285. Creeper, scheiße. Felix, mir. Ja. Ja, sorry Leute, dass ich grad nicht in der Lebenszeit nur rumstehe, aber... Ah, die Sonne geht auf. Ich schwimme gerade Richtung Sonne. Nein! Andersrum! Von der Sonne weg! Von der Sonne weg! Ja, da kommen wir aber mehr als 830 und weniger als Z. Weg vom Sonnenaufgang müsst ihr, weil ich guck grad in den Sonnenaufgang. Marc, wir müssen in die andere Richtung. Ja, Michel, der kann von jeder Richtung in die Sonne gucken. Ja, aber ich guck grad in den Sonnenaufgang. Und guck in die Richtung, von der ich gekommen bin ungefähr. Wir müssen in die Richtung, Marc. In die andere Richtung. Ja, da wird aber... Da wird aber X mehr und Z... Ja, am besten ist, ihr macht einfach jetzt mal nach die Koordinaten und dann hat sich das. Ihr werdet's schon irgendwann schaffen. Ich begebe mich jetzt, ähm... Marc, komm einfach mal mit. Da, wo unser neuer Bauplatz ist, dann... Der läuft wieder in die andere Richtung. Ich komme mit, Marc. Lauf einfach mal jetzt nach den Koordinaten, okay? Und dann, wenn man jetzt schon sehen, wobei rauskommt. Wir finden hier ganz viel Sahn. Ey, den Sahn krumm wie geil. Ein großer Teig. Ja, da bin ich auch lang. Komm, hier lauf weiter. So, jetzt ist mal wieder eine Ruhe, aber egal. laufen laufen ja da geradeaus weiter dann glaube ich war es ja wie gesagt ich bereite uns schon mal ein bauplatz okay guck mal mark für dich ist auch was zum farmen gleich da wenn du lust hast ja und mit so wie ausschaut ordentlich rohstoff also da kannst du dir aus da wir am anfang wieder alle rohstoffe brauchen so wie ausschaut was denn keine ahnung wo wir jetzt hinstimmen 100 ja z plus 100 ihr seid schon auf dem richtigen weg 281 blöcke weiter und x müsst ihr auf 830 kommen minus 830 halt ne tschuldigung ich lasse es erstmal laden ja macht das lasst euch zeit okay ja da haben wir genug jetzt kann man gleich wieder komplett zu mauern aber was dann dieser kleine in dieser kleinen insel keine ahnung dafür geht es nicht wenn es gerade nur dabei hier fix das creeper locker gesprengt hat weg zu machen weil hier ist nämlich eigentlich wirklich eine schöne ecke ja und da kommen wir auf 830 in unserer alten hütte wo wir vorher waren da hat was nicht hin dann müssen wir doch den sonnenaufgang halt entgegen schwimmen oder auf die andere seite ja von der sonne weg müssen wir dann von dem sonnenaufgang weg sozusagen ist noch beim nächsten dag machen super schlafen erst mal dann oder wenn es nacht wird schlafen erst mal und dann schwimmen wir vom sonnenaufgang mal weg der markt kommt ins haus wo wir vorher gewesen sind bei den alten wissen wir schlafen dann erst mal bei mich die koordinaten die du und durchgegeben macht da kommen wir da kommen wir daraus wo wir vorher angefangen haben bei eurem alten durch ich bin jetzt genau also der neue bauplatz ist bei minus 910 und minus 274 also ich war da haben die falsche richtung wir sind plus 106 nach ach ja siehst du da ist der fehler merkt man merkt wo der fehler gerade vorne ja ich weiß erst mal jeden f3 weg den vier f3 weg woher die schweiz Reicht die Größe so für uns, für uns drei? Ja, reicht schon. Würde ich sagen, ne? Kommt ihr voran? Ja. Ihr könnt ruhig ein bisschen miteinander reden, also so langsam wird es nämlich ein bisschen zustehen. Ne? Ja. Ja, die Flames rein. Ich brauche erstmal ne Entchen zum Essen. Kann man noch nebenbei. Du schwimmst dann halt aber nicht weiter, du schwimmst dann auf der Stelle. Okay. So. Ich muss in die Richtung hier schwimmen. In diese hier. In diese Richtung. Loll. Ja. Jetzt muss ich erstmal die Türen reinsetzen, damit ich da klarkomme mit dem Scheiß. Doppel. Doppel. Doppel.